Kommt hier überhaupt einer mit? Naja. Ein, zwei Leute. Nicht viel. Ein paar. Machen wir mal wieder Loot-Roulette. Nice. Okay. Aha. Haben wir doch doch noch jemanden erwischt. Das loot einfach. Das loot einfach. Drei Meat Kids. Drei Meat Kids. Und wo kommt er jetzt her? Hat auch noch mal einen Vierer. Brauche ich nicht. Hat auch eine K. Oder nee. Ich glaube, der ist hinter jemanden gefahren. Und sein Auto ist den Berg aber runtergerollt. Und immer wenn ich das gemacht habe, habe ich mich gewundert, warum rollt mein Fahrzeug nicht weiter? Keine Sorge, ich challenge dich schon. Keine Sorge. Okay, jetzt heile ich mich vielleicht. Der trifft gut. Der trifft gut. Und der trifft auch gut im Gehen. Das ist sein Vorteil. Boah, der trifft halt einfach jeden Shot. Das ist eine richtige Legende gerade gegen die ich spiele. Dafür brauche ich halt nur einen Schuss, um ihn zu killen. Jetzt haben wir ihn. Das Problem, wenn man für den Kopf geht, es dauert einfach länger. Er hat mir auch meine komplette Weste weggeschossen. Dafür kann ich jetzt seine nehmen. Die müssen ja ganz oben irgendwo gewesen sein. So hat sich das gerade angehört. Ha. Schade, den einen Typen hätte ich echt noch killen können. Dann würde da jetzt eine 7 anstatt eine 6 stehen. Hey, Tage, Jen. Grüße. Immer, weißt du doch. Weißt du doch. Weißt du doch. Hier könnte sogar jemand sein. Fahrzeug steht da. Checkt lieber erstmal hier noch den Rand mit ab. Da ganz hinten läuft einer. Zu weit vorgezielt. Gut, das ist glaube ich keine Distanz für mich. Äh, okay. Da ist gerade jemand hinter mir gestorben. Wahrscheinlich eine Zone oder was? Ist die Zone schon so klein? Nein, der knackt wenigstens beim Vögeln nicht. Ich glaube, der muss irgendwo unten gewesen sein, der Typ. Warte mal, sitzt da einer hinten drin? Nee. Sah fast so aus, als wäre da einer noch drin gewesen in dem Auto. Na gut, ich glaube, ich glaube, es wird langsam Zeit, mal ranzupushen. Wie viele Boosts habe ich denn? Ja, komm, ich boost mich voll. Ich bin hier zwar schon drin, aber ich will lieber den Stein einnehmen. Nur weiß ich nicht, ob da einer ist. Muss ich vorsichtig sein. Okay, der Stein ist clean. Oh, hinter mir. Fuck, ey. Kack-Situation jetzt gerade. Charg-Situation. ula Fonts- Ja, ja. Alles gut. Irgendwer ist hier unten mit einem Scheidämpfer. Ach, da. Hä? Hm? Der Server, ey. Selbst im Finale. Es leben noch fünf Leute. Der Server läuft wie... wie scheiße. Wobei man denken würde, mit weniger Leuten läuft der Server besser, aber nein. Ja, der ging durch seinen Kopf durch. Okay. Ja. Der am Stein hat gewonnen. Und er hat auch noch die Zone. Ja, GGs, ne? GGs! Wie soll ich das jetzt machen so? Ich hab keine Ahnung. Er hat den Stein, ich hab nichts. Sehr schön. GGs, meine Freunde. GGs. Smokes? Nope. Nope. Ha. Sie fragen, wie weit er mich sehen kann, wenn ich krieche jetzt, ne? Es könnte klappen, wenn ich nur krieche, aber es ist halt Third Person. Red Zone, please. Das Schrottauto. Ist das drin? Ne, ist es nicht drin. Nö, sind zu viele Umstände. Ich geh dann mal. Oh mein Gott, hier hab ich einen Mini-Hügel. Aber der ist nicht in der Zone drin. Ja, dankeschön. Werf schon mal deine Nates, du. Kollege Lack. Äh, ja. Hä? Er rennt vor. Wieso rennt er vor? Ist der nicht in der Zone drin? Oh mein Gott. Er rennt einfach vor, Mann. Er rennt vor. Oh, oh. The jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. Woah. The jungle VIP. Wir brauchen die Nates Hyunupor. Wir brauchen die Ready R äu pouret Warningbird teacher. Wir brauchen das Unternehmen oder Nates. Wir brauchen die Nates.